Tam, 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 tam. So. Zack. Zuck, 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 zuck. Na komm, wo bleibt mein Geld? Ich brauche Geld. Zack, 92. Pause. Mach's erstmal hier. So. So. Da 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 da. So, so, so. Pause. Jetzt machen wir das erstmal richtig hier. So. 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 Ach Gott. Gott wird das scheiße. Beide komplett. Schon wieder alle. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Öl verkaufen. Eisen verkaufen. Brauchen jetzt nur noch Geschützer. Ja. 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 Verdammt! Das wird übel. Oh, jetzt kann man einzelne Steinwand reinsetzen. Da 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 Energie, also in seiner Energie hapert. Was am Holz. Da 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 da, eine Windmühle, eine Windmühle. Irgendwo noch eine billige Schrott-Windmühle zu stehen. So. Kommt vom Osten. Osten, Osten, Osten. Energie, Energie. Mal schauen, ob meine Soldaten so schnell da rüber gelaufen sind. Ich glaube es fast nicht, aber... Lassen wir sie mal laufen. Lassen wir sie mal laufen. Gleich von der Ölfischen. Öl verkaufen, bisschen. Eisen. Achso, weil die Energie fehlt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Bleibt meine Energie hier. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Das ist dick. Zack. Und dafür. Sooo. Mal schauen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wenn überall meine Verteidigung so schick wäre wie hier, dann müsste ich mir kaum Sorgen machen. Oh, hier kommen meine Truppen. Hm. Jetzt schaue ich mal kurz. Habe ich hier noch irgendwo Gebäude die ich verbessern kann? Gold. Okay. Gold ist das alte Problem. Essen. Jagd töten. Elf. Dreizehn. Fünfzehn. Vierzehn. 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 Siebenhundert. Ich hoffe die Frechen jetzt nicht hier unten durch. Komm, komm, komm. Sooo. Wo seid ihr? Okay. Kommt nach oben gelaufen. Meine Maschine ist bereit. Let's go. Pause? Das kann ich sogar noch verbessern. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen, Sir. Ja. Ja. Ist es T-Tile bereit? Ja. Zu Ihrem Service. Hallo. Oh ja. Sooo. Die erste Mauer fällt. Ah, die Dicken sind so übel. Scheiße. Die schieben immer noch nach. Übel, übel, übel. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Komm, Meze weg, Meze weg. Du heilige Scheiße. Du heilige Scheiße. Huh, die Mauer war wieder komplett weg. Rasiert. Was kann ich für dich tun, Sir? Ja. Oh, oh. Yes. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein. Hold. Move. Nein, nein. Hier geht mal schön. Hier drüben hin. Ich möchte eine Mauer kaufen. Eine kleine Mauer. Die muss doppelt dicke sein. Oh, zwei, 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 vier, drei. Scheiße. Das Geld ist schon wieder alle. Ah. Kommt. Was soll das? Oh, hallo. Versuch doch sowas nicht. Zwei Kanonen, zwei Kanonen. Wie können wir noch mehr Gold verkommen. Wie können wir noch mehr Gold verkommen? Ja. Energie brauche ich auch. Jetzt brauche ich Holz. Komm. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mehr Holz. Mehr Holz. Mehr Holz. Mehr Holz. Mehr Holz. 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 Hier holt sie und holt sie schon. Tee-tee-tee-tee. Tee-tee-tee-tee-tee-tee. 9... 97 Tage... So. Eigentlich wollte ich die gar nicht aufrüsten, da sind dann zu viele Leute drin. 18 pro Haus drin, aber 32 die plötzlich hier rumwuseln. Das ist bedenklich. So, ein bisschen Öl verkaufen. Attention! Building completed! Ich will mir wenigstens einmal keine Sorgen machen müssen. Deshalb. Kommt hier eine dritte Bude hin. So. Verkaufen wir noch ein bisschen Öl. Und... Machen wir die nächste... Hier mal hin. Ach Gott. So. Boah. Wir haben Steine übrig. Sowas muss man nutzen. Tam, tam, tam. Hm. Ganz schön auf sich allein gestellt hier oben. Boah. So. Wie komm ich noch an Gold? Die anderen Sachen alle hier verkaufen, oder? Die anderen Sachen alle hier verkaufen, oder? Sie können doch auch die ganzen Mauern hier verkaufen, oder abreißen, da werde ich hier zumindest 50% wieder bekommen. Ist das wohl lohnenswert? Lass정. prototype. Typ. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Alles abriegeln hier, so Gott Verdammt Au, au, au Mauern, Mauern, Mauern Irgendwann Muss ich sie dann alle einmauern Hier, die Leute So, 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 so Pause Hier sieht es mir gerade ein bisschen unsicher aus Zack Und dann müssen wir hier so So machen Das ist ein Turm Tag 99 120 120 Tage haben wir hier eingestellt Das muss hier alles Selbst halten Komm, komm, komm 3.000 Gold haben wir noch Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal